In dieser Folge seht ihr... Alexa, kriege ich eigentlich eine gewischt, wenn ich mit einem Elektroauto in die Waschanlage fahre? Darauf habe ich leider keine Antwort. Boah, Offroad durch Sachsen, das ist schon cool. Martin, komm, wir müssen jetzt in die Waschanlage. Ja, kann losgehen. Warum? Was denn? Safety first, ne? Hast du deine Flossen bei? Ja, meine Flossen sind groß genug, du. So, ab geht das. Ei, ei, ei. Also, ich drücke jetzt hier mal schön auf das End. Und dann... Rufen wir aus. Fuß vor der Bremse. Auf geht das! Super. Ich freue mich schon. Mal wieder richtig sauber werden, auch in den Zwischenräumen. Ich auch. Working at the car wash. Working at the car wash, yeah. Ich lass mal kurz ein bisschen Luft rein. Wer bist du denn des Todes? Yes. Du. Walking at the car wash. Waste. Und waste. Und waste. Und waste. Und surfboard. Und das letzte Mal. Und surfboard. Und surfboard. Und surfboard. Bye, bye, i3. Unsere Tour ist vorbei. Auf Wiedersehen. Fangen wir vorne raus, da putzen wir noch schön die Zwischenräume.